hallo auf die krauts freunde willkommen zurück hier bei uns auf dem kanal wir haben wieder eine besondere sache für euch vorbereitet mit dabei ist heute bloody ponytail und rania 83 mahlzeit und wie ihr bei uns gewohnt seid zu allen container gibt es ein kleines container video diesmal eine ganz besondere sache wir haben 82 stück weil sich hier unser glas clever oder wie auch immer mc money sack mal wieder hier irgendwie ein bisschen verewigen wollte in den klaren analen sozusagen mit dem meist ausgegebenen geld für container wir werden wir werden zwei teile davon machen ich werde jetzt 41 container aufmachen und danach noch mal 41 wenn zwei separate videos also keine sorge wir fangen jetzt direkt an und ja jetzt ist schon eine mitte rum lasst uns mal container aufmachen fangen wir vorne an da geht's los server rains die neue währung in dem spiel 15 stück dann haben wir roter drache und dann aber gleich mal juni jack das fängt ja schon mal richtig geil an oder gut ich klicke mich da ein bisschen durch da frage ich eine stunde aus 20 container machen naja hau rein rains skylar und juni jack wieder fünf sehr cool und weiter geht's wieder server rains union jack und wavern glaube ich ist das hier ja die 50 prozent ja dasselbe noch mal bloß dann mit basilisk also du hast immer diese 15 das soll ja da auch ganz lustig sein dann im arsenal die ganze sache zu bekommen die ist gut da haben sie sich ja wieder diverse sachen ausgewählt ausgesucht oder verfügbar gemacht ich bin mal gespannt wann das erste schiff droppt also bei 82 container da muss ja mal ein schiff dabei sein vielleicht haben ja schon viele gesagt hat dass die drop chance nicht schlecht ist aber wieder wavern mit dabei sonst ist immer der standard also über 50 server rains 5 juni jack lackierung nur die signal in der mitte ändert sich gerade und jetzt haben was kühler wieder dabei ja dann haben wir buchos und wieder rino russ ja doch wie doch mal oroborus ok auch kein schiff naja wir sind schon offen dann haben wir basilisk ich brauche die blauen wie heißen die was sind die blauen die blauen flaggen weist die hydra genau die brauche ich oder leviathan leviathan ist auch porno aber hydra ist für die fast besser dann aber drache dabei levert wir haben ja noch paar container also von denen ja nicht so dass wir hier container armut haben drache nochmal aber lackierung hast du jetzt gleich wie sand am meer wir hoffen krieg aus allen container 5 raus ja das ist gut das ist über 400 lackierung nachher davon ja das immer 50 ja ist ja so eigentlich angekündigt was haben die vier stats die waren gar nicht so schlecht ok hatte hier kann man ja jetzt her sehen 100 prozent ep im gefecht kapitäts ep 75 freie exp 50 prozent ja zappelt schon ist ordentlich zum zählen und umgeschäft kapitän was du einen vorschussbomben nach vorne bringen willst auf jeden fall ja ja so 60 container haben wir noch verfügbar und noch kein schiff ah guck da kommt sie hydra ja ja da brauche ich da brauche ich noch rum da ist noch kein schiff drinne leute ne oh oh also ich glaube unser bloody der kriegt kein schiff diesmal was ja dann muss ich nochmal ähm 80 glaube ich dann irgendwie also ich bin gespannt mal sehen wann deine schiffe kommen also ja du musst mal zehntel sekunde abwarten ja ich kann ja nochmal woanders klicken warte mal da ja genau und jetzt oder auf dem typ mit wo so komisch guckt äh ich kann dich aber nicht anklicken was oh guck mal jetzt kommt hydra ja hydra wie sau ja ja aber auch ist doch ja auch ne was und leviathan 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 ist ok komm mal ja nicht schlecht ne die ist porno und hydra und leviathan und leviathan und leviathan und immer noch kein schiff oh man das ist mal los wir haben 30 container offen noch kein schiff dabei ja ich glaube das wurde auch nicht besser oder so der drache scheiße also ihr könnt jetzt schon gedacht wenn man das größte paket kauft hat man dann eigentlich eine sehr hohe wahrscheinlichkeit hat dann sogar alle schiffe haben und zwei zwei große pakete ja ja jetzt bin ich gespannt also du 40 also wenn 42 sind dann sind alle container geöffnet worden von dem ersten großen paket das würde bedeuten ja dann wenn du bei 42 bist ja dann ja weißt du jetzt für 40 container geld ausgibst ne dann und da kein einziges schiff raus siehst dann bist du aber glaube ich richtig sauer ja kurz hier entsetzen also werden in anführungsstrichen nur 40 container kauft sozusagen ja vor allem weil einige leute ja nur 20 kaufen und dann halt eben alle ziehen genau wir haben ja definitiv schon jemanden im clan der hat 20 container gekauft und hat alle 4 schiffe gezogen also das wundert mich jetzt wirklich sehr also was heißt nur 40 container ist ne menge kohle ähm aber ihr könnt jetzt schon gedacht dass man bei 40 container definitiv die garantie hat äh zumindest ein oder zwei schiffe rauszuziehen wir sind jetzt bei 43 container verbleibend und haben noch kein einziges schiff gezogen was kranker scheiß oder das ist schon ein bisschen enttäuschend irgendwo pach krass jetzt sind wir bei 42 und jetzt sind wir gleich jetzt sind wir gleich die hälfte und ja jetzt doch bonus acaster acaster ist der t5 dd der brit ok sehr schön und damit beenden wir unser kleines internet zu hier von 7 minuten 35 wir haben jetzt 41 container geöffnet und grandiosen ein schiff rausgeholt klar ne 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 das sieht hier so aus wie äh ich hab keine ahnung also du kannst dir jetzt hier die gallen für silver rains holen du kannst dir die warspite für silver rains holen also premium schiffe ähm 615 hast du aktuell und dann gibt es hier noch eine schöne lackierung ja für den launch alte royal navy container kannst du übrigens holen ja uuuh cool also 10 stück sind schon wieder drin also hier ist noch einiges möglich und findet aber ganz cool vor allem finde ich die idee mit der cosec auch gut nicht schlecht naja alles klar alles schön wir sagen erstmal tschüss bis zum nächsten video äh dann machen wir die anderen 41 container auf also hau rein danke für eure zeit bis denne ciao ciao tschüss tschüss